Das ist der Videospieler, und ich spiele Batman The Telltale Series, und jetzt starten wir mit Episode 3. Bob und Regina Zellerbach. Natürlich kenne ich diese zwei. Regina ist hier die Frau von Wayne Enterprises. Du kannst niemanden in Gotham vertrauen. Am besten von all denen, die du Freund kenne. Deine Eltern lernen das. Sie warten auf dich in Höhe! Die jetzt an die Öffentlichkeit kommen mit der Fangenheit von Wayne, Bruce's Vater, und was Oz vorhat. Cobblepot will Retribution, weil wir seine Familie Lande genommen haben. Dein Vater Falcone und ich hatten Möglichkeiten, alles was wir wollten. Wie glaubst du, dass deine Familie das Land für Wayne Tower bekommen hat? Wir haben zumindest mal die Motivation von Penguin herausgefunden. Sind wir allein? Ja, wir sind allein. Lass uns hier raus. Lass uns hier raus. Wenn du, was du machst, wie du machst, und die Resten werden, werden dich sehen wie ich euch. Ein Herr. So sorry, ladies and gents. As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. We need a new moderator. You there! Yes! Thank you for volunteering. My downtrodden brothers and sisters have come. You have nothing to fear. We are the children of Arkham. Mr. Dent. Thank you. So, now we can get on, I hope. If the loading time is over. I can't wait to know how it's going to continue. Well, I've already done a few choices. If they were all good, I don't know. Gotham is still reeling after last week's mayoral debate. With the drugging and subsequent murder of Mayor Hamilton Hill, Harvey Dent was left running unopposed. After a rather lackluster election... Bruce! Finally! A friendly face. He's still being held for observation. Meanwhile... It's good to see you. Oh, congratulations, Mayor Dent. How does it feel? Oh, it'd feel better if I were out of here. I'm ready to get back into it. Oh. What have you got there? I, uh... I brought you some flowers. Though I see I'm not the first. Yeah, well... My mother and my secretary. Every sick boy's dream. One woman I thought would visit, or at least call, hasn't. Selina's been a no-show. I thought she could at least come by to congratulate me. Nothing else. I guess we weren't as close as I thought. Maybe she just saw me being a coward. Yeah, she's probably just busy. Hasn't had a chance to come by yet. You'll hear from her. It's easy for you to be optimistic about women. Pretty sure no one ever loses Bruce Wayne's number. I am glad you're here though. I'm just sitting here. I have nothing but time to think about what happened. I wish I could make myself turn it off completely. Watching footage of the debate over and over. Penguin would've just beaten me to death right there in front of everyone. He wanted to. I mean, if Batman hadn't been there, I would be... I was helpless, Bruce. Helpless. Couldn't do anything. Batman was the one who stepped up. I mean, he's the reason I'm sitting here. No one else even did a damn thing. Yeah, I can... I can still hear him laughing. What they did to Hill, to the moderator... I have to live with that. But you heard them up there. The Penguin and that maniac on screen. This isn't over. I need to stay ahead of them. They're trying to cause discord. That stunt at the debate was just the first step. They're after me. They're not gonna rest until all the names are crossed off their list. I can't just stand aside and let that happen. The tonight's speech, they'll know where I stand. Of course, the doctors aren't thrilled about me leaving. My therapist is worried the drug might've caused some issues to resurface. Make them unmanageable. She wants me to take it easy. To go slow. I mean, that's impossible, right? I'm gonna be able to take it easy. We all have demons, Harvey. Yeah. Isn't that the truth? Honestly, I'm fine. Besides, I know I'm not the only one dealing with the fallout from that debate. I know how much you loved your father, Bruce. I know that debate was hard on you, too. Harvey, don't. You should talk about it. Finding out your dad drugged Esther Cobblepot? Hill admitting to having both of them killed? It's a lot to process. I'm sorry. Just because I keep reliving it doesn't mean you want to. Well, I'm not even convinced that tape was real. It had to be fake. Doctor to look like something else. I hope you're right. It takes a lot to prove that to the public. Look, I... I realized what a terrible friend I've been to you. I was so focused on the campaign. I thought distancing myself from you was the only option. I'm sorry. Thanks, Harvey. I appreciate that. I'll make it up to you. I'm a good person. What is that? Batman symbol. Coming from near the GCPD? That's one way to get the guys' attention. And look, I should get going, Harv. What, already? What else do you have to do? My sister won't be here for another hour. It's, uh, it's Alfred. Is he okay? Yeah, 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 yeah. He just needs to talk to me. Yeah, of course. Go ahead. Tell the old man I said hi. Keep your head up, Harvey. Thanks, Bruce. Und wieder an. Das Batman Symbol im Himmel. Unit 6 in pursuit of suspects westbound on 15th street. Is it the children of Arkham? Can you confirm? Negative. They're taking shots at us whenever we get close. Understood. Stay on them. We'll think of something. A little help would be nice. Hang in there, alright? Oh, they knew we'd be there, Jim. We don't have enough offices to deal with this. Look, everyone stretch thin. I'm doing what I can. There I am. I have to go. That light has a bad on it, Jim. You give me a number to call or rethink my methods. I'm just glad I got your attention. I didn't have a lot of options. So, here we are. Not a bad idea. I'm impressed. I have good ones every now and then. I'd rather have you arrested than come to you for help. But the truth is, we're desperate. I'm calling a truce. Just for tonight. Bring me up to speed. Right. Renee Montoya, one of my officers. The one who tried to shoot me. I know, but hear me out. She's trying to clear her name after those animals manipulated her into killing Falcone. She's supposed to be on leave, but she got a tip on the children of Arkham's chemical stash. Went rogue. She's out there alone, and I can't spare anyone to back her up. I told her to wait, but this is personal. The children of Arkham pumped her full of that junk. She's a good cop. One of my best. I'll find her. We'll take down the children of Arkham together. That's what I like to hear. These children of Arkham are everywhere all of a sudden. Where the hell they all come from? I mean, I never heard of them before. Isn't that debate? You want answers? Ask Oswald Cobblepot. Cobblepot? I'll bring him in for questioning. Gordon, this is Schultz. Over. Gordon here. We've got a problem with the mayor, sir. What happened? Is he okay? I don't know. We lost him. He took off and left us behind. Christ, one more crisis I can't deal with right now. We've got to keep both Montoya and Dent safe. Somehow. Wow. I'm on it. You there? Always. Launch the drones. I need eyes on the city. Lucius has made some upgrades. I'll let him explain. Who are you talking to? You got a whole team or something? A friend who can help us. That friend got a name? Alright, patching you through to R&D in Wayne Enterprises. Batman, so listen. The first model was only equipped for visual surveillance, but seeing how you used them at the skyline, I thought you'd need an audio feed as well. The microphones are incredibly sensitive. They can pick up sounds from up to 500 yards. In some cases, you'll even be able to hear through walls. Like, X-ray peering. Just what I needed. Thank you. Being one step ahead of Batman, it's kinda my job. Any idea where they might be? Montoya's car was spotted crossing the bridge to Arkham Island. Could be where the handoff is happening. What about Dent? They're probably headed to his acceptance speech. They just left the hospital and we lost sight of it. Barrels of this stuff to transfer. Not a big window to unload all of that. They said they wanted it done tonight. So, it's gotta be done. You wanna argue with them? Be my guest. You just keep an eye out for that cop. Nobody move! This is the police! Uh oh. Okay, for whom do I decide now? I'm going to Rinna in Montoya. I'll round up what officers I can. Gonna have to head out there myself too. I know this is risky Batman. Just be careful. Come back. Episode three! New World Order! New World Order! Hier gibt es eine Verstärkung. Zwei Arme-Suspekte auf der Lüse. Also ich denke, das ist eigentlich die sinnvolle Entscheidung hier. Weil die Drogen sind ja dann doch erstmal wichtig. Die Drogen haben mich festgelegt. Wenn du nicht gelesen hast, dann... Es ist okay, es ist in der Vergangenheit. Ich entschuldige dich. Danke. Das bedeutet viel, von dir zu dir. Ich weiß nicht, was ich dachte, nach hier alleine zu kommen. Ich habe es nicht gelesen. Ich könnte sein, oder du könnte sein, und es wäre auf mich. Das ist gut, aber du musst Dinge nachdenken. Be patient. Ich werde nicht da sein, um dich zu retten zu retten. Ja, ich... für das eine. Ich verstehe nicht, wie sie wussten ich war. Heads up. Die Drogen haben drei Black & Whites zu stoppen. Die Drogen werden nachdem. Die Drogen ist mit ihnen. Someone muss helfen, Gordon. Sie wissen, er kommt. Geh. Ich werde sehen, was ich hier finden kann. Ich habe nicht auf das. So, dann kommen wir raus, ob wir bei Denton was machen können. Are you all right? Ja, aber sie wussten, dass ich gekommen bin. Sie sehen, dass sie Informationen auf den Gcbd bekommen. Ich bin nicht sicher, wie. Ich brauche ein Update auf Harvey. Ich bringe sie jetzt. Deborah, komm her! Herr Dent, was hast du mit ihm getan? Ich sagte, komm zurück in die Fahrt! Es gibt mehr davon, die kommen! Schau auf deine Wege! Es gibt zu viele davon! Schau auf, wenn er auf sie kommt! Du besser komm her! Auf mein Weg! Tja, wenn man jetzt fliegen könnte! Oh, was ist da los? Ja, die haben schon alles, alles erledigt hier! Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr, wenn du das machst. Ich bin nicht mehr. Ich habe einen von diesen Menschen, der ihn mit seinen Händen gegründet. Dent, das gemacht hat? Ich glaube, das ist ein Freund, dass Dent ihn vorhin du hast, oder? Sie sind falsch über mich. Ich hätte ihn in den Jäule gelegt. Also, wenn du einen Kommentar auf das System des Justices hast, ich glaube, dass du dich verletzt hast. Du denkst, dass wir alle von uns kaufen in dieser Riesen-Nice-Guy-Routine? Wir haben alle gehört über dich. At least, dieser hat schnell sterben. Wir haben unsere Arten gelegt. Sie wussten, dass du kommst. Wie? Wir benutzen einen gewissen Kanal ab. Sie sagen, wir haben eine Leak? Gordon, zu Command. Anywhere da? Command, hier. Was ist Gordon? Es wurde kompromisiert. Die Kinder von Arkham sind auf die G.C.P.D.'s Kommunikation. Gordon? Gordon, Command! Du kannst mich auf die G.C.P.D. Ich werde mich in das. Ich werde dich wissen, was ich finde. Das ist der Grund, wenn es ein Punkt geht. Ich werde mich nicht mit ihm hören. Ich werde mich nicht mit ihm hören, das Punkt! Ich werde mich nicht mit ihm hören! Zuhause. Du bist. Bruce? Die G.C.P.D. hat noch verankert. Die Kinder von Arkham von den ganzen Zeitungen hören. Wie? Wie? Das ist das, was ich werde herausfinden. Alfred, ich schreibe über die Behandlung von irgendwelchen Behandlung. Es kommt auf meine Schreine jetzt, aber ich glaube, es sieht aus wie ein bisschen gibberisch zu mir. Ich muss nach Wayne Tower gehen und schauen in das. Mach mir Lucius auf die Linie. Ja, direkt. Wenn die Publikum herausfinden, die Polizei nicht able zu kommunizieren... Ich bin nicht sicher, ob jetzt nichts, aber Lucius bekommt die Antwort. Ich habe eine Gefühle, dass wir nur auf dem Eisberg gesehen haben. Ich hoffe, dass es uns nicht sinkt, Sir. Ich habe Lucius auf der Linie, jetzt. Bruce, bist du da? Ich schaue diese Daten Alfred senden mir. Es ist schrecklich. Ich muss wissen, was die Kinder von Arkham machen. Wie schnell kannst du dich decrypt? Ja, das ist ein schwieriger. Aber ich sollte es schnell haben, wenn du mich an Wayne Tower treffen kannst. Schon auf meinem Weg. Ja, lass uns herausfinden, was sie vorhaben. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, ich habe noch jede Menge mehr Videos in meinem Kanal. Schaut rein, abonniert, unterstützt mich finanziell auf Patreon, würde mich freuen. Tschüss und vielen Dank.